Thema dieses Films ist das begrenzte Wachstum. Stellen wir uns vor, der Elektronikkonzern Tomato bringt ein neues Smartphone auf den Markt. Da es sich um ein teures Produkt handelt, ist die Verkaufsprognose zurückhaltend. Im Testgebiet werden vermutlich nicht mehr als 30.000 Leute dieses Gerät kaufen. Doch schon in der ersten Woche werden 9.000 Handys verkauft. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen Schulunterricht. Beide. Untertitelung des ZDF, 2020